Als Vertriebsmitarbeiter tragen Sie maßgeblich zum Wachstum Ihres Unternehmens bei. Veraltete Werkzeuge und Strategien sind dabei nur hinderlich. HubSpot Sales bietet Ihnen alles, was Sie für einen effizienten und effektiven Vertriebsprozess brauchen, der zum Kaufverhalten moderner Verbraucher passt. Am Anfang steht die Frage, welche Unternehmen Sie am besten kontaktieren sollten. Es gibt viele Möglichkeiten, um an Listen mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu kommen. Allerdings gewinnt man mit Kaltakquise und einem statischen Verkaufsgespräch nicht wirklich Kunden. Mit HubSpot Sales finden Sie potenzielle Kunden, die sich gerade mit Ihrem Unternehmen beschäftigen. Die Prospects App verrät Ihnen, welche Unternehmen Ihre Website besuchen und wie aktiv sie sind. So können Sie sehen, welche Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens welche Seiten aufgerufen haben und wer besonders an Ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert ist. Mit der Messages-Funktion können potenzielle Kunden auf jeder Seite Ihrer Website bequem Ihren Vertrieb kontaktieren. Potenzielle Kunden sehen eine Nachricht von einem Ihrer Mitarbeiter, den Sie vorab festlegen und Antworten von potenziellen Kunden werden an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet. Bei neuen Leads wird automatisch die E-Mail-Adresse erfasst und ein neuer Kontakt im CRM-System erstellt. Nachdem Sie potenzielle Kunden gefunden haben, folgt die Kontaktaufnahme. Dabei sparen E-Mail-Vorlagen zwar viel Zeit, aber viele Anwendungen verraten Ihnen nicht, welche Ihrer Strategien auch wirklich funktionieren. In HubSpot Sales wird jede einzelne verschickte Nachricht nachverfolgt. Wenn potenzielle Kunden eine E-Mail öffnen oder auf einen Link klicken, benachrichtigt HubSpot Sales Sie in Echtzeit und erstellt im Hintergrund umfangreiche Berichte zu allen Vorlagen, die Ihr Team nutzt. Mit Personalisierungstokens können Vorlagen gezielt an individuelle Kontakte angepasst werden. Alle Vorlagen sind entweder in HubSpot Sales oder in verbundenen E-Mail-Anwendungen verfügbar. Mit HubSpot Sales können Sie sich auch um die Lead-Pflege kümmern. Mit der Sequences App können Sie basierend auf Ihren Vorlagen E-Mail-Sequenzen erstellen. Diese können Sie dann ganz bequem automatisch verschicken lassen. Sie müssen nur noch bestimmen, wann. Nachdem Sie eine Sequenz aktiviert haben, können Sie jede Nachricht zudem speziell auf individuelle Kontakte zuschneiden. Und sobald ein potenzieller Kunde antwortet, übernehmen Sie wieder das Ruder. Auf diese Weise lassen sich auch andere Teile Ihres Prozesses automatisieren. Mit einem einzigen Klick können Sie E-Mail-Abfolgen für potenzielle Kunden erstellen und Erinnerungen für sich selbst setzen, indem Sie Aufgaben in Ihrem CRM festlegen. Nachdem Sie Ihre potenziellen Kunden kontaktiert und E-Mails verschickt haben, ist es Zeit für das erste Meeting. Anstatt Termine mühsam selbst zu vereinbaren, können Sie HubSpot Sales mit Ihrem Kalender verknüpfen und der Software die Arbeit überlassen. Mit der Meetings App können Sie einen personalisierten Buchungsprozess einrichten und Ihre potenziellen Kunden mit einbeziehen. Diese können dann auf einen Blick sehen, wann Sie verfügbar sind und können blitzschnell ein Meeting mit Ihnen vereinbaren. Verwenden Sie Meeting-Links in E-Mails, in Ihrer Signatur oder direkt in den Vorlagen, die Sie über HubSpot Sales verschicken. Sind Sie bereit für ein direktes Gespräch? Mit dem Calling-Feature können Sie schnell und bequem über Ihren Browser telefonieren. In der Anruf-Warteschlange lassen sich die besten potenziellen Kunden bequem priorisieren und strukturiert auflisten. Machen Sie sich nebenbei Notizen oder zeichnen Sie einen Anruf auf, um später noch einmal darauf zuzugreifen. Jedes Detail wird automatisch in Ihrem CRM-System protokolliert und nach einem Telefonat können Sie potenzielle Kunden dann ganz leicht in eine Sequenz aufnehmen. Wenn der Verkaufsprozess etwas weiter vorangeschritten ist, haben Ihre potenziellen Kunden Ihre Website besucht. Sie haben ein paar E-Mails ausgetauscht und nützliche Inhalte über die Dokumentenbibliothek in HubSpot Sales bereitgestellt. HubSpot Sales informiert Sie, wann es an der Zeit ist, wieder Kontakt aufzunehmen. Echtzeitbenachrichtigungen und ein praktischer Aktivitäten-Stream liefern nützliche Kontextinformationen über Ihre potenziellen Kunden. Sobald diese eine E-Mail öffnen oder auf einen Link klicken, werden Sie darüber informiert. Jede über HubSpot Sales oder ein verbundenes Postfach verschickte Nachricht wird in Ihrem CRM protokolliert und lässt sich mit einem Klick nachverfolgen. Schon während potenzielle Kunden mit den bereitgestellten Inhalten interagieren, informiert Sie HubSpot Sales in Echtzeit mit umfassenden Interaktionsdaten. Und wenn ein verloren geglaubter, potenzieller Kunde wieder auf Ihre Website kommt, werden Sie ebenfalls sofort in Kenntnis gesetzt. HubSpot Sales hilft Ihnen dabei, zur richtigen Zeit den richtigen Leuten die richtige Botschaft zu vermitteln. Die Software lässt sich mit Gmail, verschiedenen Versionen von Outlook und Ihrem CRM-System integrieren. Erleben Sie selbst, wie HubSpot Sales Ihren Vertriebsprozess revolutionieren kann. Testen Sie HubSpot Sales kostenlos oder sprechen Sie noch heute mit einem unserer Mitarbeiter.